Die Zeit ist gekommen, das geheimnisvolle Buch wieder aufzuschlagen. Denn der immerwährende Kampf zwischen den Mächten der Dunkelheit und des Lichts geht weiter. Und so gibt es viele Geschichten, die noch nicht erzählt wurden. Die unendliche Geschichte. Vom Producer von Die unendliche Geschichte 1, 2 und 3. Nach den Motiven des Bestsellers von Michael Ende. Dramatisch. Geheimnisvoll. Zauberhaft. Faszinierend. Spannend. Mystisch. Fantastisch. Eines der schönsten und erfolgreichsten Fantasy-Abenteuer aller Zeiten. Wow. Die unendliche Geschichte. Jetzt auf die VD und VHS. Die unendliche Geschichte. Vielen Dank.